Aha, Müller, jetzt habe ich Sie endgültig erwischt. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie sind krank geschrieben. Hallo, Chef. Ja, bin ich auch. Ja, aber wenn Sie krank sind, müssen Sie zu Hause bleiben und erst recht nicht hier rumlaufen und einkaufen. Nee, Chef, ich darf während meiner Krankheit alles das machen, was ich will, es sei denn, es verhindert meine schnellere Genesung. Habe ich bei so geht recht gelernt.